Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 3549. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich kann nicht glauben, was er mir erzählt hat. Er hat schon so oft gelogen. Ich kann nicht glauben, was er mir erzählt hat. Er hat schon so oft gelogen. Ich kann nicht glauben, was er mir erzählt hat. Er hat schon so oft gelogen. Ich habe die Frage nicht verstanden. Können Sie bitte etwas lauter sprechen? Ich habe die Frage nicht verstanden. Können Sie bitte etwas lauter sprechen? Ich habe die Frage nicht verstanden. Können Sie bitte etwas lauter sprechen? Ich bringe dich jetzt zur Mama, damit du dich besser fühlst. Ich bringe dich jetzt zur Mama, damit du dich besser fühlst. Ich bringe dich jetzt zur Mama, damit du dich besser fühlst. Größere Bestellungen bringe ich mit einer Transportkarre in unsere Versandabteilung. Größere Bestellungen bringe ich mit einer Transportkarre in unsere Versandabteilung. Größere Bestellungen bringe ich mit einer Transportkarre in unsere Versandabteilung. Trotz des Trainings habe ich immer noch Probleme mit der Nackenmuskulatur. Trotz des Trainings habe ich immer noch Probleme mit der Nackenmuskulatur. Trotz des Trainings habe ich immer noch Probleme mit der Nackenmuskulatur. Eine Holztreppe mit weißem Geländer führt nach oben. Eine Holztreppe mit weißem Geländer führt nach oben. Das Feld dort drüben habe ich von meinem Nachbarn gepachtet. Das Feld dort drüben habe ich von meinem Nachbarn gepachtet. Das Feld dort drüben habe ich von meinem Nachbarn gepachtet. Mandeln und Pistazien mit Gewürzen liegen in Papiertüten auf der Theke. Ich habe gehört, dass du es geschafft hast. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich kann Ihnen heute um 15 Uhr noch einen Termin geben. Dann ist der Chef wieder da. Ich kann Ihnen heute um 15 Uhr noch einen Termin geben. Dann ist der Chef wieder da. Ich kann Ihnen heute um 15 Uhr noch einen Termin geben. Dann ist der Chef wieder da. Können Sie mir mehr über Ihre Beschwerden erzählen? Dieses Fernrohr befindet sich an einem Aussichtspunkt am Rande der Stadt und kann kostenlos genutzt werden. Dieses Fernrohr befindet sich an einem Aussichtspunkt am Rande der Stadt und kann kostenlos genutzt werden. Das neue Fahrrad ist leichter als mein altes. Dieses Parfüm mag teuer sein, aber es hat einen besonderen Duft, der sich von allem abhebt. Dieses Parfüm mag teuer sein, aber es hat einen besonderen Duft, der sich von allem abhebt. Dort hängt ein Kleid, das ich gerne anziehen würde, aber ich glaube, ich kann es mir nicht leisten. Dort hängt ein Kleid, das ich gerne anziehen würde, aber ich glaube, ich kann es mir nicht leisten. Dort hängt ein Kleid, das ich gerne anziehen würde, aber ich glaube, ich kann es mir nicht leisten. In der Sauna weiten sich die Blutgefäße und ziehen sich bei Abkühlung wieder zusammen. Wann kommt mein Frauschen endlich wieder zurück? Wann kommt mein Frauschen endlich wieder zurück? Trotz Internet ist es wichtig, sich auch mit Tageszeitungen auf dem Laufenden zu halten. Trotz Internet ist es wichtig, sich auch mit Tageszeitungen auf dem Laufenden zu halten. Am Bahnhof steht ein verlassener Koffer. Die Polizei sperrt den Bereich ab, um Gefahren zu vermeiden. Am Bahnhof steht ein verlassener Koffer. Die Polizei sperrt den Bereich ab, um Gefahren zu vermeiden. Ich habe wieder viel eingekauft. Radfahren ist gesund und für jedes Alter geeignet. Radsport kann als Hobby Freude bereiten, als Gesundheitstraining dienen oder bei sportlichen Wettkämpfen Erfolge bringen. Radfahren ist gesund und für jedes Alter geeignet. Radsport kann als Hobby Freude bereiten, als Gesundheitstraining dienen oder bei sportlichen Wettkämpfen Erfolge bringen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren und gib uns bitte ein Like. Radsport kann als Hobby Freude bereiten. ... ...